. 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 Ja, sie ist so cute. So, wir haben nur ein paar Monate, aber sie ist ein bisschen schade. Ja, sie ist wirklich schade. Vielleicht wurde sie nicht gut behandelt. Ja, sie war wahrscheinlich nicht. Sie war acht Monate, als wir sie haben. So, ich glaube, sie haben sie nicht behandelt. What a poor puppy. Jetzt hat sie eine schöne Mutter. Jetzt ist sie spoilt. Ja. Ja, sie ist so cute. Poor puppy. Es gibt so viele Tiere. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, ein Tier kann nicht even sprechen. Ja, sie können sich nicht. Ja. Ja. Sie sind so cute. Sie sind so cute. Hi. Was ist ihr Name? Sneakers. Sneakers, ich liebe sie. Ja, die Sneakers. Sneakers. Oh, hier kommt Daddy. Hier kommt Daddy. Hier kommt Daddy. Hier kommt Daddy. Sneakers. Hier ist Mama. Ja. Man kann sich einen richtigen Hund schütteln, oder? Ja, wie du, allgemein. Wie du, allgemein. Nee, ich bin Pins in der Boden gebreit.